Hey Leute, es geht weiter mit Tomb Raider Anniversary. Ja, ähm... Da wir das da unten ja jetzt zuletzt gemacht hatten mit... ...diesen Dingen daraus runterklappen lassen, damit wir das nächste Objekt kriegen, müssen wir uns jetzt hier durchschlagen. Die gehen wieder rein. Ja, gut. Okay, hier muss ich anscheinend im richtigen Moment runter. Ist denn hier noch was? Kann man da nicht einfach da lang? Nö, geht nicht. Okay. Aber für den Fall, dass man jetzt hier runterfällt oder wie. Wenn ich da stehen bleibe, dann schlitzen die mich auf. Ja, dann schlitzen die mich auf. Alles klar. War ja nur ein bisschen angeschlitzt, so ein bisschen die Niere. Oder lieber. Oder so. Macht ja nichts. So, was ist jetzt hier? Oh oh. Hier gibt's was zum Rutschen. Zum Rutschen. Mhm, mhm, mhm. Das wird ja prima. Und da oben... Oh, nö. Warte, lass mich mal... Bring dich mal um. Bring dich mal um. Ähm, da war oben noch was. Möchte ich denn mich hier einfach oben runterrutschen lassen? Oder kann man... Kann man hier wieder so ein bisschen was rausziehen auch? Oder... Ja, das ist ja doof. Weil hier unten rechts, wie kommt man denn da hin? Kann ich dann später da wieder hochklettern? Kann ich nicht einfach... Kann ich nicht einfach hier so mich... mich runterhangeln? Wieso macht sie das denn nicht? Okay, sie macht sie nicht. Schade. Ja, gut. War zwar nicht mit Zielschuss perfekt und so, aber hat auch so geklappt. Passt schon. Aber ich hoffe, man kann jetzt noch da oben hin. Wehe, wenn nicht. Okay, jetzt geht das Schiebeding weg. Und dafür kommt die Wand raus. Und da kommen Tiere raus. Kommen da Tiere raus. Dö, 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 dö. Weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall noch Muni. Was ist hier? Medipack. Wollen wir auch haben. Ist alles klasse. Ist alles super. Den holen wir auch raus. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Der wird auch noch für irgendwas gut sein. Noch ein Medipack. Sehr gut. Ähm. Was haben wir hier? Da können wir dann lang. Mhm. Ich glaube, gehe ich jetzt aber noch nicht lang, weil, ne? Warum denn auch? Ich gehe eher nochmal hoch. Ich weiß nur noch nicht, wozu dieser Block da ist. Geht's denn hier jetzt überhaupt weiter? Oder nicht? Kann sie da hoch? Kann sie da nicht hoch? Ne. Hier kann sie irgendwie nirgendwo sich festhalten. Das ist alles... Schade. Bei dem neuen Tomb Raider kann man doch so hin und her und dadurch hochklettern. Das finde ich ganz cool eigentlich mit diesem Springen. Ja. Nee. Gut. Dann, äh... Wozu ist der Quadra? Den bringe ich eventuell rüber? Nein. Ich kann ihn da vorne hinschieben. Hier. So. Haha. Vielleicht bringt mir das ja was. Nee. So. Genau. Kommt das Ding hier noch voll rausgesplattert oder was? So ein bisschen Schiss vor dem Ding hier. Ähm. Ah, ich kann jetzt hier... Kann ich da... Nee. Wie mache ich denn das? Wenn ich da rüberhangle, kann ich dann... ...seitwärts springen oder geht's jetzt hier geradeaus und ich töte mich? Und das geht ja auf jeden Fall nicht. Bringt mir da... Aha. Geht's hier? Nee. Hier bin ich ja... Nee. Hier bin ich ja gekommen. Stimmt. Aber was bringt mir das, dass ich hier klettern kann? Ich kann doch hier... Das ist alles viel zu weit. Man kann doch von hier gar nicht irgendwo hin. Öh. Das ist ein bisschen, äh, schwierig. Ich kann hier aber ein... Genau. Und mir ist nichts passiert, sozusagen. Äh. Äh. Was bringt mir das? Okay. Ich seh's kommen. Oh mein Gott. So, jetzt könnte ich... Hier... Hier lang? Nee. Das wäre ja Unsinn. Lieber noch höher, oder? Und das geht sogar. Und nun? Ah, ich seh's schon an denen jetzt. Oder geht's auch links? Nee, es geht nicht. Jetzt ist er draußen. Jetzt ist er... Drinne. Oh, nein. 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 Oh mein Gott. Aber ich war gut dabei. Äh, nur... Nur dieser eine Sprung, der war jetzt ein bisschen schwierig. Oh, jetzt muss ich alles ab hier nochmal. Das finde ich aber gemein. Das ist aber fies. Heißt das, ich hab dann auch... Hm. Muss ja alles dann nochmal einsammeln. Das ist ja blöd. Nervig. Sowas finde ich blöd. Da hätte man ja mal oben irgendwie nochmal einen Kontrollpunkt machen können. War hier oben auch noch was? Nee. War nicht dahinter auch noch was? Ja. Ich glaub, das war's. Also nochmal das Ganze. Oh Gott, dann darf ich ja echt gar keinen Fehler mehr machen. Und jetzt bin ich dran, ne? Jetzt mach ich das ja hier bis zum Abwinken, diese Stelle. Das wär ja auch blöd. So. Wie war das jetzt? Ich hatte gerade auch irgendwie immer Glück. Ich hab darauf gar nicht geachtet, auf diese Sense. Kommt die jetzt wieder raus? Ja, jetzt kommt sie wieder raus. Oh Gott sei Dank auch geschafft. Nicht geschafft. Das geht ja nicht. Hier muss ich wieder rüber. Schnell, 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 schnell. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, das war vollkommen falsche Richtung. Oh, es tut mir so leid. Oh, es tut mir so leid, Leute. Scheiße, das... Mann, no, jetzt... Okay, jetzt fängt's an, mich zu nerven. Oh, das war jetzt echt ein bisschen... Ich hätte gar nicht nach links gedurft. Ne? Das war vollkommener Unsinn irgendwie. Was ist mit den Quadern hier? Habe ich da nicht auf irgendwas eingesammelt? Oh. Das hatte ich jetzt schon... Ach ja, hier dahinter das Medi-Pack noch. Oh, wie dumm. Aber ich hab auch ein bisschen Schiss, dass ich da, wo ich das erste Mal gestorben bin, bei der Sichel, dass ich das auch wieder verpatze. Ich bin da immer nicht so gut drin. Und oft schaffe ich die schwierigen Sachen auch so ein bisschen mit Glück einfach. Und nicht irgendwie, weil ich darauf achte, wann das Ding reingeht und so. Dann mach ich's oft falsch. Weiß ich, ist ganz komisch. Aber auch fies. Und all diese Sachen immer nochmal und nochmal und nochmal einsammeln. Das ist doch blöd. Mein Gott, Leute. Macht's doch einfach... Kann ich das nicht speichern und dann... Dann ist gut? Das wär doch schön. Und jetzt kommt das Ding doch wieder raus. Da ist er. Genau, ich musste mich hin und her. So war das. Das ist so blöd. So. 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 Nee. Ach, bin ich nicht hoch genug gekommen? Ach, wie blöd. Ach, bitte lass es mich schaffen. Ich will nicht. Komm raus jetzt. Komm raus, du Sichel. Okay. Jetzt bin ich aber ein drüber. Jetzt muss ich hier lang. Äh, ich will nicht. Oh Gott, ich will nicht. Ich hab's da einfach nicht geschafft. Oh Gott. Danke, Kontrollpunkt. Danke, danke, danke. So. Warum kann ich jetzt hier einfach fröhlich die Treppe runterlaufen? Na gut. Hauptsache man hat alles eingesammelt. Jetzt bin ich schon mal... Jetzt hab ich's schon mal geschafft hier. So. Jetzt kann ich hier lustig überall rumschwingen oder was? Von da komm ich ja. Nee, dann will ich jetzt hier rüber. Oh Gott. Moment mal. Will ich jetzt da oben hin oder wo will ich eigentlich hin? Ich muss da hin und dann da rüber schwingen. Und da könnte ich mich fallen lassen. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich, kann ich, kann ich mir das nicht holen, das Secret da? Äh, das wollte ich eigentlich nicht. Ähm, danke, danke, dass ich einen Kontrollpunkt hab. Ich will mir natürlich das Artefakt holen, was da unten ist. Und natürlich lässt sie sich da jetzt nicht dran fallen. Du doofe. Du doofe. Das sind so die Momente, wo man dann freiwillig stirbt, damit man einfach auch keine Energie verliert. Sinnlos. So, jetzt lass ich mich hier einfach mal. Genau. Haha. Das ist gut. Wie komm ich jetzt hier wieder weg? Kannst du dich da nicht einfach rüber? Ha, stirb ich doch. Na und? Das Artefakt hab ich. Jetzt fang ich nämlich hier wieder an. Das Artefakt ist nicht mehr da. Das hab ich nämlich schon eingesammelt. Nee, nee, nee. Na? Ist doch nicht mehr da, ne? Nö. Spiel ausgeprägt. Die unelegante Art. Hier sieht man in diesem Part wieder tausend Tode von Lara Croft. So, wo soll ich mir jetzt lang? Wenn das hier jetzt so nicht geht? Wieso? W-w-w-w-hä? Achso, es geht doch. Aber ganz knapp, oder what? Alles klar. Gut. War dann hier jetzt noch was? Hab ich endlich alles? Gut, dann können wir ja weiter, oder? Nein, ich kann hier noch rüber schwingen. Ja, dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal. Ohohohohohoho. Das muss man erstmal schaffen. Ganz ehrlich. Was mache ich hier? Ja. Bitte nicht nachmachen. Das war jetzt echt krass, dass ich das geschafft habe. Was ist denn, wenn ich jetzt hier reingehe? Geht's da dann raus? Ich will doch hier aber... Muss dazu was gut sein, dass ich hier da rüberschwingen kann, oder nicht? Oder soll ich jetzt hier rein? Ich weiß auch nicht. Nicht, dass da noch irgendwo ein Secret ist. Oder so. Keine Ahnung. Lauf mal einfach. Hallo? Da kommt bestimmt jetzt was. Bin ich jetzt den ganzen dusseligen Weg wieder zurück falsch gelaufen, oder? Hebel ist doch immer gut. Guck mal, da ist nämlich die andere Seite. Die Brücke brauchen wir ja. Das ist ja wichtig, sonst kriegen wir die ja nicht alle runter. Es müssen ja von allen Seiten alle Hebel runter. Der ist auch unten. Ja, da waren wir dann schon. Gut, dann gehe ich jetzt wieder zurück. Ja, oder? Ist hier noch was? Sieht natürlich voll toll aus. Ich schaue mir das alles gerne an und ich würde mir auch gerne teilweise manchmal sogar mehr Zeit nehmen, um mir die ganzen Hieroglyphenmalereien und so weiter anzugucken. Aber wir sind in einem Let's Play. Also renne ich weiter. Ich glaube, jetzt müssen wir noch mal auf die andere Seite. Diesmal hat's auch geklappt. Oh, endlich geschafft. Jetzt muss ich hier wieder zurück. Ist doch richtig, oder? Bin ich hier richtig? Kannst ja auch einfach hier dann und dich dann hier hochklöptern. Genau. So. Gut. Und jetzt sind wir ja schon mal ein bisschen tiefer wieder. Sodass wir wieder auf die anderen Seiten, glaube ich, können. Ja, also eigentlich müsste ich doch jetzt einfach nur noch runter. Glaube ich. So. Oh Gott. Ja. Gut. Dann geht's abwärts. Hauptsache wieder runter, damit wir diese ganzen Sachen auch mal einsammeln können. Ähm. Oh. Ach, die Schrotflint-Muni. Aber wir haben noch volle Muni. Dadurch, dass ich alles immer schön brav einsammle, haben wir alles. Ist es ja gut. Nix mehr da an Monsterchens? Keine Monsterchens? Anscheinend nicht. So. Ach, ich bin froh, dass es jetzt wieder irgendwie runter geht. Ich hoffe, wir haben auch alles... Oh, ein Medipack. Äh. Alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Ich glaube aber nicht, denn es gab... Es gab einfach hier diese eine Stange. Und sie stirbt. Alles klar. Es gab hier in diesem Raum da diese Stange im letzten Part und da habe ich gesagt, ja, was ist denn da auf der anderen Seite? Da war nichts. Ich kann mir vorstellen, da war noch was. Weil da ist irgendwo oben... Irgendwo war da was wahrscheinlich noch versteckt oder so. könnte man sich vielleicht noch holen, aber da müsste ich einmal runterhebel drücken und, ja, und dann wieder hochklettern. Das finde ich irgendwie auch blöd. Äh, wie komme ich denn jetzt hier runter? Also das ist die andere Seite, die ich meine. Man sieht da nichts, aber irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass da das Tor aufgeht und dass wir da dann am Ende auch hin müssen oder so. Ich weiß es nicht. Was mache ich jetzt? Gut, es hat geklappt. Wenn auch knapp. Ich hatte zwar gar nicht vor, da zu landen, aber hat ja geklappt. Nein! Jetzt habe ich Energie verloren. Das war der schnelle Kackweg. Da ist der Hebel, den ich meine. Ja, da könnte man das natürlich noch mal probieren, aber ich weiß auch nicht. Was soll mir das denn bringen? Und bin ich hier überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin, dass ich hier rumkletter. Aber wir sind doch ursprünglich mal von hier irgendwo gekommen, oder nicht? Oder nicht? Weiß auch nicht. So. Dann kommt da oben nämlich diese Stange raus. Und dadurch kommt man dann da oben rein. Aber da ist doch alles zu. Ist das irgendwie unser Endweg und ich bin hier einfach viel zu früh? Oder ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich sollte mir eher mal mich um die Obelisten kümmern. Ich glaube, das ist das bessere Ziel. Erstmal. Darf ich da rüber? Ja. Und jetzt? Was jetzt? Ach ja. Wir wollen runter, Lara. Nee, nee, wir wollen. Wir wollen zurück. Ich weiß nicht, ob es da einen besseren Weg jetzt gegeben hätte, aber diesen habe ich jetzt genommen. Jetzt bin ich wieder in diesem... Bin ich jetzt falsch hier? Ich glaube, ich bin falsch hier, aber... Oh, das ist ja normal hier anscheinend bei mir, ne? Also... Ich glaube, ich muss jetzt da unten wieder irgendwo langschwimmen. Oder so. Hier über uns sind nämlich die Artefakte, aber dann fehlt mir noch eine Brücke. Das ist ja scheiße. Mir fehlt noch eine Brücke. Ach, wie blöd. Und wie kommen ich da ran? Naja, holen wir uns erstmal das, was wir schon ergattert haben. Dann haben wir vielleicht auch einen besseren Überblick. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. So. Prima. Okay, gut. Jetzt haben wir das Ankh von Isis. Auf jeden Fall gut. Also falsch ist das ja nicht, was wir hier machen, aber manchmal bin ich mir nicht sicher, ob das von der Reihenfolge alles so stimmt. Okay, Muni, die brauchen wir nicht. Ja, hier fehlt noch eine Brücke. Oh Mann, oh. Blüht. So, und was haben wir hier? Siegel von Anobis. Und ein neuer Kontrollpunkt. Und ein Medi-Pack. Wir können natürlich jetzt da auch überall wahrscheinlich wieder durchgehen. Und hier ist das, wo wir angefangen haben. Leider fehlt uns aber noch eine Seite. Darum werde ich mich auf jeden Fall noch kümmern. Ähm, und schaue mich hier eventuell nochmal kurz jetzt um. Oder so. Mal gucken. Sehen wir vielleicht im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.